Das ist forever Willkommen zu einer neuen Folge die bei oh Na also ihr wollt mich alle killen, hä? Ernsthaft? Du hast mich doch gerade schon gekillt Ok, ich bin Level 11 Schnell Bonnet Bonnet Trail Da 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 Ok Ok Ganz Schnell weg Ok Reload Nein, nein, nein Ok, ich bin echt schlecht wieder mal, aber Oh, bitte sag Einstiegs Level 11, ok Health Ok Penetration Nachladen Ok Ok Ok, ok, ganz schnell hier mal weg Ich meine, ich habe einen besseren Score Aber das sollte nicht viel ausmachen So, weg hier Was wollt ihr mich denn alle töten? Ihr wollt mich aber alle töten, hä? Ich meine, ich nehmt euch ne Hilfe, aber Scheiß Dreiecke Echt jetzt? Bin ja erst Aber ehrlich mal Ok Ok, hier noch ein bisschen Ich brauche noch ein, zwei Genau Ok, mittlerweile habe ich genügend Health, dass das auch geht Gut ausgewählt Sooo Und da Ok, viel gehabt Wir nehmen Bullet Penetration Bullet Penetration Ich müsste ein kleiner Bullet Speed wieder upgraden Ok, ok, wir nehmen Ne, man Twin Ok, und da müssen wir unbedingt dann Das ein bisschen höher stellen Damit hier was los geht Genau Wow Und da muss ich unbedingt mal Movement Speed gleich noch erhöhen Sonst wird das hier nichts Ok, ich treffe aber auch gar nichts, hä? Standardweise geht heute das Internet mal Ich meine, ich schiebe eine Wand von Kugeln vor mir So, äh, Movement Speed ganz kurz Ach, das ist für Tasten kurzel 8 Mh, Gott Mit F? Ne, mit IJ Ne, oh, wieso ging das da? Keine Ahnung Ok Das bringt wirklich hier, glaube ich, ein ganz bisschen was Da steht jemand AFK Ich kann den töten Das ist mein Kill Genau So Du kriegst mich nicht so schnell gekillt Hat uns aber am Level ganz gut geholfen Ok, 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 wow Wieso können diese... Der killt mich Oh mein Gott, ey Regeneration Und dann ganz, ganz, ganz Nein Keine Lesezeiten Fuck Geil Geil Okay In einer neuen Runde den Ausschnitt von Krautabäu Nichts zeigen Das war wieder Blamabel, blamabel Kann ich den killen? Komm, den kill ich Den kill ich, der trifft mich nicht Ja genau Geh doch auf mich Fuck, fuck, fuck Alles klar Alles klar Ich drück immer Shift Weil das er von Minecraft gewohnt wird Da will sie mal Ein Lesezeichen öffnen Alles klar Achso, ich kenn dir mal Hier was hoch, hier was hoch Hier was hoch Hier was hoch Genau Dann nehmen wir einfach mal Bullet Speed Dann müssen wir mal auf Reload gehen Reloading Speed Weil der nicht gerade flott ist Genau Ich muss mir das mal angewählen Mit den Tasten kürzen So ist doch grad schön So warte mal ey Ich mach jetzt einfach mal die 7 genau Mal kurz Reload Speed Oh, jetzt können wir mal wechseln Ähm, ich bin immer noch für Twin Oh ja, das geht schon Ah, lasst mich doch in Frieden Lasst mich in Frieden In Frieden, genau Also ich hab mir die 1 in 2, genau Okay, das macht das denn so viel Schaden Das geht dann schon so Ja genau, lasst mich doch einfach in Frieden Ähm, ich wäre für Body Damage Könnte man auch mal upgrade, genau Soo Soo Hier schön ein bisschen Farn Soo Hier schön ein bisschen Farn Oh, das geht echt schnell Und wir brauchen Oh, das geht echt schnell Okay, jetzt muss ich echt gleich langsam schauen wieder Ich mach erstmal 1 zu 2 Genau Das ist ein echt nices Game Das ist ein echt nices Game Aber wir brauchen halt Internet dazu Das ist das Problem Soo, dann machen wir mal die 3 Hau doch alle ab Genau Genau Lasst mich alle in Frieden, dann bin ich Einer liebster Mensch Ich war doch, dass mich irgendeine einzelne Kugel mal tötet Wurde mich ja echt nicht wundern Ich brauch mal unbedingt ein bisschen Movement Speed Genau Heilige Scheiße, geht das mittlerweile flott Okay, das Dreieck juckt mir aber echt nicht So, dann brauch ich mal Bullet Damage Das ist die 6 Genau So, mittlerweile wird's da Hau ab, du blödes Dreieck Ihr Dreiecke habt keine Chance, ich mach euch eh fertig Okay, so Ich hab bloß 1 Hau doch gleich ab Ihr seid doch gleich platt Machen wir nochmal die 7 Da geht's noch ein bisschen flotter Und dann machen wir gleich nochmal Ich würd sagen gleich, ne Nochmal die 7 ist blöd Machen wir mal Die 4 Oh, ich schießt ja schon gleich Ich find das blöd Wenn er, verschiedenen schießt es besser So, wir sind gleich Level 3 sie endlich mal Wir haben einen Laub Das war doch schon mal schneller, oder? Okay, also ich brauch ungefähr 3 Schuss Ich mach jetzt einfach mal Reload wieder hoch Genau Naja gut, wirklich schneller ist es jetzt nicht aber Also guck mal grad, wie wird's nice farm Aber ich drück grad nichts, der bewegt sich ja trotzdem Nein, ist ja kein Wunder Oh, das kommt schon wieder einer Nein Okay, wir sind gleich Level 30 Oh, was ist denn hier für eine Dreiecks Invasion? Inversion der Dreiecke Okay, äh, ja, 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 gleich Ich mach jetzt einfach mal ein Quad Oh, scheiße, halt mich gleich Bin gleich, nein Du tötest mich jetzt nicht, ey Das wär so fies Hau Hau, bitte ab, hau ab Lass mich in Frieden Warte mal eins Warte mal eins Genau, gleich regenerieren Hau doch ab Alte Mistsau Na Na Alles klar Also falls euch diese Folge grad gefallen hat und ich hab jetzt keine Lust weiter zu spielen Wir waren auch leider nicht im September 7.000 Naja, aber es war mal eine ganz nice Runde eigentlich Ich denke mal, das kann man mal verwerten Gut, dann sehen wir uns in zwei Tagen bei einem weiteren Video Bis dahin, viel Spaß